Einen wunderschönen und vor allem bunten Tag wünsche ich euch. Chio Popcorn Colors of the Rainbow. Ihr wisst, sowas begeistert mich absolut. Wir sind jetzt ganz neu. Taste the love, das knusprig bunte Popcorn-Vielfalt statt Einfalt. Ja, das Ganze dann wohl auch mit einer Message. Dezent in Form von Popcorn verpackt gab es bei Aldi Süden Aktionen. Diese Version ist jetzt hier von Edeka. Ihr werdet die sicherlich auch bei allen anderen großen Supermärkten früher oder später mal finden. Popcorn mit Zuckerperlen. Sie hören sich so an, als ob sie so richtig dick mit Zucker ummantelt sind. Die sind bestimmt super, super knusprig. Gucken wir einmal kurz drauf und dann wird schnabuliert. Die Farben des Regenbogens. Die Zutatenliste ist ein bisschen was Längeres. Nicht Zucker und Mais. Glucose, Fructose, Mais, Zucker, Sonne, Blumenöl, Emulgatron, fernende Lebensmittel aus Fruchtsaft und so weiter und so weiter. Keine künstlichen Farbstoffe. Damit haben sie dann vermutlich die Zuckerperlen gemacht. Stärke, Überzugmittel, Bienenwachs, Weiß und Karnaubawachs, Gerstenmalzextrakt. Hier habt ihr die Zutaten. 5,2 Gramm Fett, 91 Gramm Carbs, davon 59 Gramm Zucker. Das ist natürlich interessant. Da sieht man, dass hier mehr Zucker drin ist als Mais. Deswegen, das fühlt man auch. Die sind sehr... Popcorn ist natürlich knusprig, aber Popcorn wird nur richtig knusprig, wenn es so mit Zucker lasiert ist. Und ich glaube, hier hat man richtig krass Zucker bei. Falls ihr übrigens die Werthas Popcorn mit Brezel noch nicht probiert habt, bitte holt sie euch. Das ist der geilste Shit. Und die Karls Popcorn Salz. Wie ist das denn? Das ist immer Seetraum. Irgendwas mit Salz und Zucker. Super geil. Da kriegt ihr bald auch wieder einen Rabattcode. Da könnt ihr dann bestellen. Könnt ihr 10% sparen. Ansonsten lohnt sich auch so die mal zu kaufen. So sehen sie aus. Boah, die riechen aber krass. Ah, nicht... Oh, oh, das fällt gleich so gut hin. Vielleicht nicht ganz so bunt wie auf der Packung. Es sieht hier nach ein bisschen mehr Zuckerperlen aus. Aber wir haben hier durchaus welche drauf. Allerdings nur so ein paar. Ach, das ist aber enttäuschend. So viele sind das ja nicht... Sind die alle abgefallen? Also wenn sie abfallen, das darf ja auch nicht sein. Also es sind nur so ein paar bunte Zuckerperlen drauf. Hier kann man sie mal gut sehen. Naja, okay. Hier ist gut drauf, aber manch andere hier haben nichts. Das Gelbe sieht man, dass sie wie so lasiert sind und angeröstet. Guck mal, wie schön ästhetisch diese Popcorn hier aussehen. Toll, oder? So, dann schauen wir mal, wie sie schmecken. Hauptsächlich nur nach Zucker. Und ein bisschen nach Mais. Lecker. Wie gesagt, super, super knusprig. Schön dieses... Dieses aufgepoppte Aroma. Guck mal jetzt hier ein mit vielen Zuckerperlen, ob die nochmal extra Crunch geben. Ja, so ein bisschen knacken die. Lecker. Schöne Tüte. Schönes Popcorn. Wäre noch ein bisschen mehr Potenzial gewesen. Und ich muss tatsächlich auch sagen, vom Geschmack sind sie nicht so besonders. Sie sind hauptsächlich süß. Aber ich finde, dadurch, dass so viel Zucker bei ist, gibt es mehr Zuckergeschmack als Popcorn-Geschmack. Also gepopptes Korngeschmack, gepoppten Mais. Und das ist ja eigentlich auch das Geile. Ich persönlich und würde sagen, probiert es immer gerne aus. Aber wenn ihr wirklich richtig gutes Popcorn haben wollt, probiert mal das von Karls Online-Shop aus. Das habe ich euch schon mal vorgestellt. Das ist super, super lecker, weil diese salzige Note weiß. Oder macht euch das in eine Schüssel und macht mal so ein bisschen Salz drauf. Vielleicht bringt das auch was. Ich finde es trotzdem lecker. Wie gesagt, mir macht sowas Buntes einfach Freude. Von daher kann man auf jeden Fall mal machen. Aber es ist jetzt auch nichts, wo ich mir denke, wow. Wie bei den Brezeln, Brezel-Popcorn vom Werders zum Beispiel, denke ich mir auch so, Alter, was ist das? Nimm das weg. Das ist einfach das Geilste überhaupt. Und das hier ist einfach nur hübsch anzusehen. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao. Danke fürs Zuschauen.